Dicker, Dan disst mich in einem TikTok. Weil Tim Jacken ein Lied rausgebracht hat. Und das ist der neue Maßstab für Scheiße, Alter. Wirklich. Freunde, ich hatte einen entspannten Morgen. Dazu, falls ihr euch fragt, warum meine Haare noch so ein bisschen nass sind. Ich habe gerade noch eben im Regen draußen Kaffee getrunken, weil ich so ein dummer Film-Bastard-Romantiker bin. Weil ich mir denke, ey, morgens mit so einem Kaffee im Regen über das Leben nachdenken ist irgendwie schön oder romantisch. Nee, ist einfach nur Scheiße. Nee, aber dann sehe ich hier auf meinem Handy eine Benachrichtigung. Äh, Dekal, denn erwähnt ihr dich in einem TikTok? Also, was jetzt hier passiert? Da kann das hier raus. Wir können einfach Musik nicht mehr Scheiße nennen. Es geht nicht. Wir können Musik nicht mehr Scheiße nennen, weil Tim Jacken ein Lied rausgebracht hat. Und das ist der neue Maßstab für Scheiße, Alter. Wirklich. Wo ich mir, ich habe das gesehen, ich war so, Dekal, was ist denn jetzt passiert? Weil, Song, den ich rausgebracht habe, es war ja auch, was heißt Song? Das ist halt so ein YouTube-Video-Musik-Bums halt so, ne? So eine Rose-to-Self-Challenge einfach. Und ich war so, warte mal, ich fand das eigentlich ganz geil. Und Kommentare waren auch die allermeisten super positiv. Und ich war so, ey, was sagt dieser Mann? Also, was hat dieser Mann für einen Punkt? Stab für Scheiße, Alter. Wirklich, wir können halt nichts mehr Scheiße nennen, weil Tim Jacken ein Lied rausgebracht hat. Herzlichen Dank, Tim Jacken. Wirklich. Gerne. Vielen herzlichen Dank, Tim Jacken. Wir können jetzt nie wieder was Scheiße nennen. Ich will euch kurz so was bringen, ne? Passt auf. Hört euch das mal an. Ihr denkt, es ist Scheiße, ne? Jetzt wahrscheinlich. Ihr denkt, es ist Scheiße. Mein Gehirn sagt mir mega geil. Nimm es endlich an, Sascha hat dich gefickt. Bitte verpiss dich. Niemand vermisst dich. Nach dir hat keiner gefragt. Wow, ist das crazy. Bro, mach doch wenigstens das ganze Hook. Das ist so fucking crazy. Das ist so fucking crazy. Holy shit. Es ist einfach unfassbar, was TJ mit mir gemacht hat. Ich hör den ganzen Morgen schon die Lochis, ey. Ich hör den ganzen Morgen schon die Lochis, einfach nur, um ein bisschen wieder was zu fühlen. Um wieder Gefühle in mir zu haben, nachdem ich TJ gehört habe. Ich fühle nichts mehr. Dagegen muss ich mir noch was Gutes anhören. Ganz kurzer, erster Mini-Kritikpunkt an Karl. Bro, hättest du TikTok drei Sekunden länger gemacht, hättest du damit mehr Geld verdienen können. Weil ab einer Minute verdient man bei TikTok mehr Geld, nur als für Zukunft. Aber ja, das wird hochgeladen. Ich war so, irgendwie okay, gut. Also, kann er ja Scheiße finden. Ist okay, ne? Musik ist ja jetzt nicht, wo man sagen kann, das ist gut, das ist scheiße. Aber was ich halt geil finde, ist, dass sein... Sein Antrieb so groß war, zu sagen, wie scheiße er den Song findet, dass er ein extra Video schneidet oder wen anders das schneiden lässt, um es hochzuladen. Um mir mitzuteilen, wie kacke er den Song findet. Ey, mein Kommentar ist weg. Ich hab grad einen Kommentar geschrieben, weil ich dachte so, ey, ich mach einfach übel Mini-Eigenwerbung. Wo ich gesagt hab, ey, um euch zu überzeugen, wie scheiße der Song ist, check den einfach gerne ab. Heißt so auf Spotify. Das ist doch weg! Geil, das ist aber nicht die... Warte mal. Wurde der gesperrt? Ich bin hier halt nicht mit meinem TikTok-Account eingeloggt, sondern mit einem zweiten Account. Am PC. Ja, mein Kommentar. Der da oben steht. Ist weg. Aber irgendwie ist in mir grad so, wo kommt... Wo kommt dieser Trieb her, dass man unbedingt dazu das hochladen muss, wie kacke man das findet? Weil Kommentare... Ich will mich jetzt nicht selber hier bei euch an, so. Aber, selbst wenn es auf neueste geht, die allermeisten sind, äh, unfassbar positiv. Okay, das ist eine Frage. Meisterwerk. Tim Kackengut, der ist auch Internet-Troll. Geiles Video. Belebt die Challenge wieder. War geil damals. Bitte was weiter so. Herzen. Damona Mensch wie angekommen. Ja, Mann. Damona, geile Künstlerin. Äh, geiler Song. Juhu, der knallt schon hart. Äh. Okay, fünf aus zehn. Kann ich auch mitleben. Ähm, ne, die allermeisten Kommentare unfassbar positiv. Und, was ich geil fand, da würd ich mich generell noch für bedanken, ist, dass, äh, ich super auf den Kommentar bekommen habe, so, ey, YouTube-Musik und sowas ist sonst nix für mich so. Aber das fand ich geil. Und das ist irgendwie so, das bockt. Das bockt zu lesen. Deswegen auf jeden Fall danke für die ganzen lieben Kommentare in die Richtung, wo wir generell ja grad so ein bisschen Content umswitchen und so ein bisschen, äh, von den alten Subs weggehen, so, was heißt weggehen? Halt nicht mehr so den alten Content machen, wie ich den früher gemacht habe. Und nur noch so dieser Kern sich den Bums jetzt anhört. Das Ding ist ja, ich hätte ja auch gesagt, so, ey, der nächsten Song, dass ich einfach von Karl abnehme, dass er guckt, ob die Scheißigkeit so okay ist diesmal. Äh, und danach frag ich noch Arnie, ob das Cosplay, was ich in dem Video mache, okay ist, ähm, ne? Dachte ich, könnt ihr mal machen. Problem ist nur... Der Kerl hat mich geblockiert. Ja, scheiße. Kann man trotzdem schreiben? Ne. Ja, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie scheiße ihr den Song findet, falls ihr den hören wollt. Erster Link, Videobeschreibung. Dazu, ey, auch übel jetzt Eigenwerbung hier auch noch. Dazu, haben wir sogar noch nen Mash-Up hochgeladen, mit Chapo Nina Chuba, wo wir den mit Ich-Verpiss-Dich gemixt haben. Und warte, vor allem die, die Bridge am Ende fand ich geil. Bitte verpiss dich. Bitte verpiss dich. Niemand vermisst dich. Falls ihr Bock habt, auf Mash-Up zu hören, auch Videobeschreibung verlinkt. Und Spotify und ganzen Bums natürlich auch unten, weil könnt ihr es auch nicht nur auf YouTube gucken, sondern auch auf YouTube Spotify hören. Deswegen, ja, war auch nur so ne kleine Thematik am Morgen. Ich trinke jetzt mal nen scheiß Kaffee aus. Und dann auch nen schönen Sonntag. Ach, und heute Abend oder spät Nachmittag komme ich wieder live hier auf dem Kanal. Deswegen, schaut gerne rein und mach dir noch nen entspannten Sonntag, ne?